hallo und herzlich willkommen zurück bei der technomancer wir sind immer noch hier in der noch so müssen einige quest erledigen und gerade beim laden des spielstands ist mir aufgefallen dass die anderen technomancer von ihrer mission zurückgekehrt sind diese mysteriösen leute zu bewachen und ja ich würde sagen wir machen weiter natürlich die missionen um die story voranzubringen also auf geht's noch mal eine neue stufe ausweiten weiter müssen skill wo sind die meister konnerin my dear zachariya splendid to see you again good to see you too how have you been as well as can be hoped for that is good how can i help you warte mal wo sind denn die ganzen technomancer ich dachte die sind wieder hier ach so wir müssen die zustimmung erst mal aber die sind ja noch mal auf der ach so ich habe gedacht die sind immer noch ich habe gedacht sie sind schon wieder zurückgekehrt aber offenbar sind sie es noch nicht dann gehen wir jetzt eben mal zu den dodo und der schatten bricht wo bist du dann so die überfälle der pünder war you were right the traitor was dirty i barely started asking before he unwound you're an intimidating force mr manser then what i killed him figured it's too dangerous to let a spy go back to his master intimidating and brutal but not unjustly so if you let him go he goes with all the information about our defenses and city and labs and awful task but the world they won't secure you and we won't forget wir haben es geschafft okay wir haben jetzt auch was anderes zu erledigen und das nämlich noch in eine versteckte kuppel reisen ach so er winkt einfach nur so herum ja hast du ja auch manchmal ich bin einfach nur herum weiß man nicht mal kurz schlafen wir kurz die mission bei tagesanbruch machen dann ist genug geschlafen als erfahrungsbord ja sagen wir lange brauchen diese technoments eigentlich jemanden auszuspionieren das ist echt seltsam oder wir haben auch noch andere missionen zu erledigen was können wir noch machen wir finden das archiv von o4 das archiv tötere eine panzerbröte was denn für ein archiv so reisen wir mal ach das archiv ach ja das archiv noch ah ja ich erinnere mich ähm also was machen wir das mal eben wo war nochmal das archiv hier ho die always feel funny seeing the city from the distance that's because it looks like a big old beetle with its metal shell for sandstorm and you'll get to see the beetle fly who wants to stick around for a sandstorm no no takers ah home sweet home though i'm not sure who they but i do hope my clinic is still there no reason there wouldn't be scott but it's a wily one my clinic i swear it once moved overnight you were just stinkin drunk i'm getting a bad taste in my mouth i can almost smell my people's blood and sweat from here i've been spending my whole life sneaking in and out of this city getting sick of it as long as vic the dick is around he'll be hunting for zach and we'll have to keep a low profile but if it bothers you so much i can drop you off here i don't want new friends i'd rather change your destination oh fear is quite ominous from a distance like a big black tick hanging above the canyon sucking the life out of its citizens sorry was that too dark was so düster ich finde es cool dass diese gespräche immer zu schnellen fahrten stattfinden das finde ich super warte mal warte mal die börse ich muss gerade überlegen war das wirklich hier kommen wir hin ich glaube es ist eigentlich hier verhierter ich bin mir nicht sicher muss gerade mal gucken ich kann mich jetzt am leichtesten da hin wenn ich hier hoch laufe und dann hier entlang immer so viel laufen na komm anders geht es da ja nicht so aber ich komme auch hier auf einmal nach in diesem okay ich versuche erst mal meinen weg hier hin auf geht's und erst mal wieder durch zig millionen von tieren kämpfen die tiere nerven mich am meisten und auch in der Ah, bauke! Bam! So. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich muss die Knie jedes Mal neu durchkämpfen. So. Ich will mich nicht immer hier neu durchkämpfen müssen. Oh, komm ich nicht lang. So, wohin muss ich jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ich laufe total in die entgegensetzte Richtung. Aber wie gesagt, man verlauft hier so schnell. Das ist ja nicht so ätzend. Aber dieses Verlaufen. Du bist ja da lang. Und so allmählich bin ich auch zu stark für dieses Knie, ja. Hallo. Und wieder einmal muss ich euch umbringen. Und dann wird es räumen. Hm. Ah. Ah. Ach, da. Ich will nämlich, warum ist Fogos soweit vorgegangen? So, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Hartmann. Jetzt hinter mir. Hier lang. Und dann bin ich auch schon direkt in die Erde. Der Browser. Gut. 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 Der Browser ist mir wieder da. Auch. Autsch! So. Gut. Ich muss noch kurz meine neuen Punkte verteilen. So, was haben wir hier? Berserker. Ah. Tornado. Verstärkt, verbessert, Tornadoangriff. Tornadoangriff! Okay. Erhöht Widerstand gegen Unterbrechung. Machen auch mal. Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, gelernt, ne? Kämpfer. Upsala. Meinen wir jetzt weitermachen. Was haben wir hier? Technomenza, Wächter, Kämpfer, Gauner. Ich habe meine Technomenza-Fähigkeiten, glaube ich. Verschieße 3, Lichtbögen statt 2. Lichtbögen können auch von Gegnern in die Nähe überspringen. Mal gucken. So. Elektro-Faust. Ähm. Mal gucken. So. Elektro-Faust. Ähm. Okay. Machen wir das mal. Und. Erkundung. Tarnung. Ich habe dann mit Amelia eine Beziehung eingehe offenbar. Erkundung. Na komm, ich mache das hier mal. So. Einfach mal hoch in die Börse betreten. Lalalala. So. Wo ist das Archiv? Hier ist das Archiv. Gut. Direkt nebenan. Perfekt. Hallo. Ich vermöbel dich mal hier. Wenn du nichts dagegen hast. Auch mal ist dein Freund noch da außer Gefecht. Hallo. Ich würde jetzt gleich hier eintreten. Ich hoffe, ich habe nichts dagegen. Ach hier. Wir müssen auf die linke Seite. Linke Seite oben. Okay. Ich habe ihn nicht. Du vasst mit ihm. Ja. Ja. ZumInto. Ja. Sie tracks sind, ja heute bei Și-cht. Start B think. Dann ist man komplett bei Süden, von K defining Quimp. Da gibt es ein Addendum. June 119, der Mutant, formerly known as Nathan Seeker, wurde über Request AA-1532 gegründet. Die Details sind als Top Secret gegründet. Hmm. AA ist das Kode der Armee benutzt. Er wurde dann gegründet als Teil einer Militär-Operation. Mein Vater verabschiedet Jan 119, bevor der Kind wurde übergebring. So weird. What do you think is behind this story of a top secret file? The hell does the army have to do with all this? There's gotta be more. I don't know. But we'll no longer learn anything else here. We should leave before we get spotted. Yeah, wir haben mehr Informationen. So, auf geht's. Die Informationen haben wir jetzt hier gebrauchen. Muss ich sonst noch was hier erledigen, wenn ich schon mal hier bin in O4? Begibt sich zum Roarward, zur Verschuldung und Koppel. Tja. Okay. Ich muss immer noch diese komische Panzerkröte töten, aber ich weiß nicht, wo es ist. Das ist es ja. Sorry, aber ich will euch nicht wehtun. Aber ich muss leider. Prost, Abmarsch. Wir müssen weg. Wir müssen so schnell wie möglich zum Impop in den Untergrund gehen. Jetzt haben wir hier die Informationen, die wir brauchen. Jetzt können wir auch wieder hoffentlich O4 wieder mal für eine paar Meile für ein paar Quests hoffentlich verlassen. Das finde ich super. Wo geht's denn da runter? Achso. Falsch. End. Hier lang. Dann dort lang. Und dann sind wir wieder beim Wova. Was? Ich hab euch doch getötet. Mann. Was ist so glücklich? Also schön, wenn ihr aufhören könnt, mich zu spawnen. Noch mehr? Da ist das Muttertier. Das ist zu ökert. Ich nehm mal ein bisschen Geld von dir. Beziehungsweise ich mache Geld aus dir. Wo lang? Da lang. Oh, ist schon richtig. Reise. So. Begebt dich zum Warwick von Verschollen und Koppel. Alte Koppel, Schattenpfad. Auch was? Schattenpfad. Ähm. Welche wollen wir hier nennen müssen? Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, wie dieses Dome wird mit dem One in Ophir verbunden sein. Die One in Ophir? Das war dein Technomancer hideout, richtig? Ich war immer sehr interessiert, aber ich war nicht bereit. Ich war nicht bereit, wegen der confidentialität. Ja. Es war ein bisschen ein Museum. Es ist ein interessanter Ort. Es sieht eher wie ein Pile of Rocks, für mich. Ich hoffe, dass das andere ist in bessere Formen. Otherwise, das Duhicke-Thingamajig du hast, wird wirklich schwer zu finden. Wenn der Dome wirklich aus dem Grunde ist, dann könnte es noch in guter Zustand sein. Aber wir sollten bereit sein, was alles zu tun. Die Schattenpfadern könnten uns auf die Pünche und sie verraten. Wie groß ist es? Wir können ihn sehen, aus dem Farben? Ich würde nicht beten. Wenn ich richtig verstehe, es gibt ein paar kleine Hausaufgarten. Aber was wir interessieren, sind die Archive dieser ancienten Inhabitanz. Heritage... Was ein lustig, little... Die offspring von den Dome, wahrscheinlich in unserer Stadt. Oder vielleicht sogar einer von uns ist eine großartige, großartige, großartige... Und hier sind wir, nach alten Ruins, so dass wir die Antwort auf unsere Ancestors haben. Wie schrecklich! Das ist es. Wir haben das Turmireil für das. Ich finde, dass die Menschlichkeit der Ghosn... Curious. Warum sie sie in andere Artifacts mit so... Zehltrie? Ich will nicht sein, Phobos. Aber als Mutant, du bist etwas anderes. Ist es nicht schwer, dass du etwas beherrschst, das bringt die Erinnerungen von denjenigen, die dich verwendet hat? Ja, aber egal was passiert, die Erde ist eine Forbidden-Fruit. Und für das, wir entscheiden, um vorzunehmen, und nicht die Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich kann es warten, um es zu sehen. Ich habe noch nie gesehen, ein Intact-Colonial-Dome. Es gibt nur ein paar Ruins in der Kanon, die zu Noctis, und sie sind in so eine schreckliche Lage. Nein! Die meisten sind so schlecht verletzt, dass du eine ziemlich starke Imagination brauchst, um sie Gnomes zu nennen. Ich hoffe wirklich, dass du etwas findest. Aber der Greatmaster Ian Dent und unsere Archive sind verloren. Es ist quasi unsere einzige Hoffnung, zurückzukommen mit der Erde. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, du weißt? Eine Öffene Straße und eine schöne Bühne. Wie lange, auch. Ich muss nur meine Träume abholen. Äh... Du bist vielleicht ein bisschen zu nahe zu deinem Rover. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Platz geben. Das könnte für beide von dir sein. Und du bist eine Person, der nicht jemand anderes sollte. Warum willst du dich hier rauskriegen? Ich versuche einen Weg nach der Erde. Die gleiche Sache, dass jeder Technomancer ist. Ich versuche einen Weg hier? Wirklich? Ich weiß nicht, aber ich mag dein Optimismus, und nichts anderes. nur die Anfänger von unseren Anfänger. Aber diese Anfänger sind wertvoll, wenn sie zur Erde führen. Ist das, was du denkst, Zacharot? Das ist, was ich hoffe. Ich kann nicht auf deine Überzeugung schlagen, aber nicht auf Mars. Das ist dein Haus. Unser Haus. Und wir sollten das beste machen, und wir sollten unsere Hände und den Sternen verlieren. und gucken, welche Informationen wir zu diesen Vorfahren zu unserem Planeten finden werden. Bleibt mir gewogen, und bis morgen. Ciao!